Herzlich Willkommen Herr Baumann, heute in ungewohnten Umgebung. Ja, schöne Umgebung, freut mich hier zu sein, mal was ganz was anderes. Mein Name ist Martin Baumann, ich bin 39 Jahre alt, bin höherkostiger Meister und jetzt mittlerweile seit über zehn Jahren bei der Firma Hörlux und begleite mittlerweile den Bereich des technischen Betriebsleiters. Mir war es schon immer wichtig, mit Menschen zu arbeiten, hat sich bei mir ganz schnell herauskristallisiert. Ich dachte am Anfang eigentlich eher, dass der Augenoptikbereich für mich interessant ist. Ich durfte dann auch mal ein Praktikum machen beim Hörakustiker und habe eben einfach miterleben dürfen, wie glücklich Menschen rausgehen können, wenn man den Hören wieder schenkt. Und das habe ich dann einfach bestärkt und gerade das Thema Autoplastiken habe ich in der Ausbildung natürlich dann auch täglich verfolgt. Wir haben Autoplastiken selbst hergestellt. Deswegen also auch die Affinität dann hinter Autoplastik, die bis heute noch vorhanden ist. Die Faszination dazu. Die Titan-Otoplastik gibt es auch schon relativ lange. Ja, man hat vor zehn, zwanzig Jahren auch schon Titan-Otoplastiken gemacht, aber aus einem anderen Herstellungsverfahren. Dieses Verfahren war relativ aufwendig, deswegen hat der Hörakustiker da relativ selten zu diesem Material gegriffen. Quasi nur, wenn er dazugreifen musste, sprich bei allergehenden Kunden oder eben auf speziellen Kundenwunsch. Unser Ziel war es, eine Autoplastik aus einem extrem hochwertigen Material anzubieten, welches salonfähig gemacht wird, welches eine Alltags-Otoplastik darstellt, wo der Hörakustiker gar nicht darüber nachdenken muss, zu welchem Material er greift, weil ich habe keine Allergen, es ist Hypoallergen. Ich habe die besten Möglichkeiten, mit sehr dünner Wandstecke zu arbeiten. Das waren so unsere Herangehensweise. Hat am Anfang natürlich gedauert, bis man sich auch herantraut, ist natürlich etwas ganz Neues. Man ist natürlich auch in seinen Prozessen natürlich nicht eingefahren, aber man ist in diesen Prozessen natürlich schon im Alltag. Wir sind aber natürlich bestrebt, dort auch aufmerksam zu machen, wie gut eben dieses Material in der Hörakustik auch genutzt werden kann. Das zeigen auch die letzten drei Jahre. Ich habe ein ganz prägnantes Beispiel mit einem langjährigen Partnerakustiker von uns, der mich 2022, Ende 2022, glaube ich, was angerufen hat. Er war ganz verzweifelt. Er hat mit dem Kunden schon Silikon-Otoplastiken getestet, er hat mit dem Kunden schon Thermotec-Otoplastiken ausprobiert. Ich muss dazu sagen, der Kunde hat einen sehr, sehr starken Hörverlust, hat ein sehr weiches Ohrgewebe. Also auch hier, da jetzt die richtige Autoplastik oder eben das passende Fundament dafür zu finden, war ein bisschen schwierig. Und ich habe da ihm einfach mal geraten, Mensch, du brauchst eine leichte Autoplastik, du brauchst eine Autoplastik, die gut sitzt im Ohr, die aber auch hoch abdichtet und die aber auch für eine akustische Transparenz sorgt. Der Kunde wollte ja trotzdem einen bestmöglichen Hörgenuss haben, trotz hoher Abdichtung. Die Folge war, dass er mich zwei Wochen später angerufen hat, nachdem er die Titan-Otoplastik mit ihm ausprobiert hat. Wir haben eine Abdichtung hinbekommen. Er hat ein extrem angenehmes Tragegefühl gehabt, der endlich diesen Sauerstoff austauscht, das Ohr hat nicht mehr geschwitzt. Und er hat zu mir gesagt, bitte, lass uns nochmal ein zweites Paar O-Stücke fertigen, weil der will unbedingt damit Musik hören. Schließt das Ding komplett für die Stunde, wo er da Musik hört, der will den vollen Hörgenuss haben. Als Hörakustiker in der heutigen Zeit sucht man natürlich immer nach einem gewissen Alleinstellungsmerkmal. Alleinstellungsmerkmal kann natürlich die Versorgung von Im-Ohr-Hörsysteme sein, das kann die Versorgung jetzt zum Beispiel von Innenmonitoring sein, dass man sich eben spezialisiert. Ich kann aber was anbieten, was zum Beispiel meine Mitbewerber im selben Ort nicht macht. Eine Versorgung, eine hochwertige Versorgung mit Titan-Otoplastiken. Und da ist es egal, ob der Kunde jetzt eine Basisversorgung hat oder ob er sich ein High-End-Hörsystem kauft. Entscheidend ist immer das, wie das Ganze ans Ohr kommt. Und auch ein Kassenkunde hat eigentlich die bestmögliche Versorgung mit der Otoplastik verdient.